Die Hochschule, Ideen, Lösungen und Projekte kommen wieder zustande. Und das ganze gestaute Geld kommt wieder in Fluss. Es ist, als wäre plötzlich wieder eine Schleuse aufgegangen. Und der Staat schaut einfach zu, dass alles gut läuft. Steuern. Steuern, sagen die Steuerbeamten. Steuern, kann man das nicht. Aber, aber ermöglichen, sagt Reichenstein. Tempel in Schrift. Hier ist gut sein, ohne was zu haben. Machen in Schrift. Hier ist gut haben, ohne was zu sein. Schweizer Haus in Schrift redigt von den Gerechten, dass sie es gut haben. Ihr Gut haben beträgt 10.868 Franken. Das Gut zwischen Haben und Sein. Frei nach ewig fromm oder fromm nach ewig frei. Gut zu sein, wenn darf es wenig. Um gut zu sein, braucht man nicht unbedingt ein großes Gut haben. Und, um ein großes Gut haben zu haben, braucht man nicht unbedingt gut zu sein. Im Gegenteil. Man kann es sehr gut haben. Ohne je gut zu sein. Aber, gut sein, ohne es je gut zu haben, die wenigsten können es mit einem Gut haben gut sein lassen. Da gibt es nur man kann die Privatkonti, Anlagen, etc. Der Mensch ist gestellt zwischen gut und gut.